hallo ach ja so alle noch da alle ready ich hoffe ja gesagt nur noch ein bisschen geplänkelt jetzt hier sollte ja schnell gehen ich will zum beispiel flugzeugträger nicht im super als geflecht fahren können ja die letzte stunde oder so können wir ja noch mal wenn da noch bedarf ist die wir fahren christoph wollte ja auch irgendwann später das leben schwer autopilot aktiviert zehn bänder übrigens entdecken ist auch ein band just for info und schon geht's los mit dem decken die ersten vier bänder sind schon nach trotz trifft nicht einer doom aber hey was soll's 2000 ziel erreicht autopilot deaktiviert unser team hat die führung übernommen so zehn bänder ja Jaaa, guck! Alle drei? Nein. Nur zwei. Sekundäris, macht was! Heute. Torpedos voraus! Höhlenbruch! Wasser dringt schnell ein! Torpedos auf Steuerbord! Torpedos direkt voraus! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt! Im Secondary Battle. Oh, ich habe ihn abgepockert. Oh, nein! Angetäuscht! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt! Problem gelöst! Müsste meine U-Boot-Verteidigung nicht anspringen? Das war, glaube ich, diese Linie, oder? Ende waren es 10 oder 6 Kilometer. Luftschlag, 6 Kilometer. Ah, jetzt fliegt er los! Nn, 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 nn. Und das ist passiv, ne? Da hast du überhaupt nichts. Als Flugzeugträger machst du da halt gar nichts. Du hast hier Auto. Uhh, schicker Hit, schicker Hit! so und geplänkel jawohl erledigt zehn für die dort nie was war war das die deutschen ja 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 Erstaunlich manövrierfähig, so ein Ding. Jäger in der Luft. Autopilot aktiviert. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gegner sind zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. Mühe. Da kommt es kaum durch. Autopilot aktiviert. Die Führung übernommen. 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 Wie möglich halt die Sachen durchziehen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Wenn ich wo gut bin, dann Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Was ist hier denn noch easy zu erreichen? Okay, ich würde mal sagen, amerikanisches Schlachtschiff ist doch mal lässig, oder? Amerikanisches Schlachtschiff, da fahren wir mal die lässige Massachusetts, auch ein absolutes Sekundär-Monster Ach, schwöre Werbung, okay Achso, zur Werbung sage ich gleich noch was. Das ist vorhin wieder untergegangen, weil ich so leicht ablenkbar bin. So? Okay. So, Werbung ist vorbei. Äh, dann was zur Werbung. Wie gesagt, bei mir ist halt auf Niedrigste eingestellt, was geht. Ähm. Ja, jetzt darum Geld zu verdienen. Das ist marginal. Ähm. Leider ist halt so, Twitch lebt halt von Werbung. Ja, und von Branddeals, was auch immer. Ähm. Und sie versuchen das immer mehr in den Vordergrund zu bringen. Natürlich, ne, weil sie halt auch Ausgaben haben und Geld verdienen müssen. Das kann man alles verstehen. Ähm. Das Einzige, was ihr dagegen machen könnt, ist entweder, ähm, ihr bezahlt Twitch für dieses Twitch Premium Zeugs. Ähm, das waren 15 Euro, glaube ich, im Monat. Ähm, davon sehen eure, aber eure Streamer nichts. Sondern es ist rein an Twitch. Dann zahlt ihr kein, dann seht ihr keine Werbung. Überall. Oder wenn ihr Subscriber seid bei, ähm, dem Streamer eurer Wahl. Die meisten haben dann auch keine Werbung bei, ähm, Subscriber drinnen. Ich auch nicht. Deswegen sieht zum Beispiel, ähm, Jemand, der gesappt hat, der sieht halt nicht, wann Werbung ist, ne, weil er einfach keine Werbung eingeblendet bekommt. Da können aber die Streamer auch nichts dran für, ähm. Ne, mach den dann jetzt nicht, deswegen die Hölle heiß. Wir müssen auch noch mit dem leben, was Twitch uns bietet. Na, weil ich immer wieder lese, dass halt, ähm, Leute unzufrieden sind mit Werbung. Ja, klar, ähm, man kann unzufrieden sein mit Werbung, aber im Endeffekt, Werbung bezahlt halt die Server. Ne, die transfert die Datenübertragung, etc. Und sie alles bezahlt werden. Die Leute, die bei Twitch arbeiten. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, ist mir alles daneben. So, jetzt kommen meine Sekundäris ins Spiel. Ah. Man sieht das hier, diese kleinen Dinger. Oh, die kleinen Gelben. Und man sieht im, im, selbst im, 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 im Korb, kannst du echt nicht viel machen, ne. Ich bin gerade mal nicht mal, ich habe nicht mal 20 Treffer, wo ich ununterbrochen geschossen habe. Und nun geradeaus fahre. Na, über das 50 wollte ich haben. Wird wohl nicht. Ja, aber ich meine, ne. Alles Leute, die Torps haben und die einfach alles wegtorben. Was willst du da noch machen? Also, da. Okay. Yeah, I just turned off the car. I'm gonna pull. Und wieder ein Sternchen verkackt. Okay. 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 Probieren wir halt nochmal, wird es schon werden, oder? Wo ist da ein 5er drinnen? Weil er mit einem 6 seiner Divi ist. So, 50 Treffer. Gefechtsstation. 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 Ich fahr mal Richtung Mitte, dass ich meine Sekundäris eventuell noch auf den B-Cap bringen kann. Gefechtsstation. 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 Okay. Jahre später, ne? Ah, sehr gut. Die 50 sehen gut aus. So, jetzt müssten sie relativ kontinuierlich treffen auf der Helländer. Die Masse ist weg. Können wir uns schon mal umorientieren. Und da ist die Helländer weg. Und da ist die Helländer weg. Na, das ist halt so ein bisschen langweilig, ne? Das vor uns hin Grinden. Das mag ich an Wohlships halt jetzt leider nicht ganz so. Aber es ist halt ein wichtiger unintegraler Teilverein. Und da ist die Helländer weg. Und da ist die Helländer weg. Und da ist die Helländer weg. Bruder man, gut, die meisten Torpedos gedosht. Aber egal, ich habe meine 50, ich habe meine Sternchen mehr gemacht. Ja, die Bäckerfaust wird zum Himmel gereckt. Ich glaube 86 war es. Na also, Wimbledon ist das erste Mal gewundert. Oh, 70. Französischer Kreuzer. Hat man da nicht was? Irgendwas ganz schnell schießendes? Wie eine Colbert. Damit sollte das doch kein Problem darstellen, oder? Was meint ihr? Machen wir noch ein bisschen Colbert Action? So, jetzt bin ich einigermaßen wieder fit. Dann kann ja der morgige Tag kommen. Hehehehe. Es wäre, nachdem der Stream zu Ende ist, werde ich noch ein bisschen Backpack-Battles spülen. Tatsächlich bin ich da jetzt schon auf Gold vorgestoßen. Zumindest mit dem Bogenschützen, mit dem Archer. Oh. Oh. Okay. 2.50 kriegt man hin come on ich habe erstaunlich wenig gemacht heute tatsächlich also sind die wir umgegangen dann diese diese transsilvanien dinge also richtig bringen vorwärts ging es halt gerade nicht heute die maustaste durch gedrückt lassen wird schon passen ja Das war's für heute. mach mal die restlichen sternchen jetzt hier mit der colbert ja Warum sollst du es rausziehen, wenn du schnell sterben kannst und zum nächsten gehen? Aha, Trick 17. Und du wirst. Und das ist ja so. Das war's für heute. selbe karte selbst startposition was kam nach 50 70 hat sich einer schon vorgenommen irgendwie pandora zu holen ich meine ist ja ein klassisches ubisoft single game nach der typischen ubisoft world formel wie es mal so schön heißt ohne die menschen kopier ich kreis 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 und dann will sie auf die andere seite wälzen und dann liegt er auf der bettdecke und du kannst die bettdecke nicht mitnehmen weil da 5 kilo katze drauf liegt und im schlaf hast du ja normal nicht die die kraft die du normalerweise aufbringen könntest ich meine 5 kilo katze ist ja nichts für dich als menschen den kriegst du noch von der decke geschubst aber wenn du selbst am pennen bist denkste liegt ein ambos neben dir und im okay und das ist das hat es ist Ah ne am 9. Judy. Das ist doch. Das ist Donnerstag. Der kommt nicht am Dienstag. Leute fällt mir gerade auf. Am Donnerstag kommen sie, wenn Patch ist, das heißt der Patch Stream württelt. Wird später stattfinden. Nicht der Dienstag. Das hier mal ärgerlicher als der Dienstag. Hauptsache die sind dann mal irgendwann fertig. Das wäre echt hilfreich. Puh, 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 puh. Da ist ein U-Boot und er pingt mich halt einfach an. Das ist ein U-Boot. Das war's für heute. einfach mal dagegen fahren instant gestoppt ich hatte eigentlich auf diese lücke gezielt aber hey ich habe mehr als genug nice einige aufträge erledigt gott zu dank so geblengel wie schaut es denn aus habe ich wenigstens was gemacht ja so ich muss nach französischen nach französischen kreuzer gucken 106 stand es nicht eben schon 106 110 brauche ich jetzt so letzter auftrag fürs geblengel was sagt eigentlich der dv stern ich bin relativ viele leute unterwegs gewesen kärle ist bestimmt schon wieder weg oder die wirst ja noch abholen heute namen da war volle haus jetzt bin ich allein na gut fürs letzte geblengel 110 stück war die welt der popo pixar keine zerstörer jede menge schlachtschippe jetzt jetzt auch hier mit der mensch messer schuss jetzt anrücken können also ein kreml den bombst du halt nicht einfach weg dann haben sie 135.000 lebenden ich gucke mal wie weit ich komme mit dem wochenaufgabe und falls wir noch zeit haben kann ich ja hier nur mal eine runde vor euch einlegen hier backpack das wäre vielleicht eine idee gibt es leider momentan nur in zwei sprachen in englisch und in chinesisch war es glaube ich ist halt noch in der macher 110 der flieger ist schon tot die können alle schon schießen als leichter kreuz erstmal ein bisschen was die reichweite angeht ähm etwas minder bemüttelt weil ja vierzehn kilometer ne dann passiert nicht so viel das ist ja 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 achtzehn von Das heißt noch 100 knapp Ah, wieder einer, sehr gut, sehr gut Ah, wieder einer, sehr gut Ah, wieder einer, sehr gut Ich bin eigentlich schon durch, oder? Ah, wieder einer, sehr gut Ah, wieder einer, sehr gut Ah, so war das immer noch da unten Ah, wieder einer, sehr gut Tja, XP Pinata und so Ah, wieder einer Ah, wieder einer, sehr gut Für den Clan. Jawohl. 390. 350 will man alles zusammen. So, Geplänkel. Geplänkel ist durch. Haben wir wo gemacht? Gut, dafür sind die Französischen jetzt bei 130. 1, 2, 3, 4 Sternchen nochmal gemacht. Das heißt, es ist heute Samstag. Ich habe 4 Sternchen gemacht. Bringt mich auf 9 Sternchen. Wuhu. Alter, Black Swan, ne? Übelst weggepumpt. Aber ich sage mal, wir stehen relativ gut da. Wir haben 40 Sternchen Vorsprung. Alles Gutschi. Achso, weil wir es vorhin hatten wegen Gebäude für Superschiffe. Ja, uns fehlt halt noch ein bisschen. Aber ja, das ist eine Sache, die sollte man nochmal ausbauen. Aber uns fehlen halt immer noch 35.000. So, wie schaut es denn aus jetzt hier mit den Geschichten? Tisch ist durch. Hier kriege ich noch 17. Torpedotreffer und ein bisschen Basis-IP verdienen. Halloween. Ja, das muss jetzt nicht sein. Aber ja, ich würde dann Halloween tatsächlich heute versuchen, noch die 2.000 wegzukriegen. Das sind in Pi mal Daumen zwei Runden. Ne? 1.000 kriegst du locker zusammen als Schlachtschiff. So. Aber hier Kreditpunkte verdienen. Gefechtspass, wie sieht es denn aus? Noch 4.000. 4.000. Bis zur Stufe. Brauche ich noch 3. Das heißt, wenn ich die 4.000 mache, dann bin ich auf alle Fälle drüber. Wie viel Arktis-Wagen habe ich? Ja, hier der große Reinfall. Es tut mir so leid. Ich hätte euch gerne ein bisschen Content geboten, was zu ziehen. Aber da ziehe ich lieber die Nieten, damit ihr die guten Schiffe rauszieht. Reise zum Nordpol. 40. Uh. Das heißt, wenn ich den Dings voll habe, den Pass, das sind 100, plus die 17 von den Aufgaben, kann ich mir 3 Container nochmal leisten. Ja. Von denen will ich, glaube ich, nix. Ne. Uah. Uah. Äh. In einem Monat kommt der Coupon wieder. Geht's zum Schiffekauf. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Ähm. Na gut, ne? Ja, dann. Pushen wir unsere Färger gerade weiter, oder? Ja. Ja. Wir können die Spanier machen. Okay. Dann nehme ich mal den Spanier, dann habe ich mindestens die Kataluna hinter mir. Weil bei 170.000 gibt es das nächste Schiff. Und, ich meine, 167.000. Im Prinzip könnte ich es auch mit Free XP machen. Aber, was soll's. So. Einmal Geld, einmal Schiffs-EP. Da braucht man nur die kleinen. Ähm. Kapitän. Free XP. So. Divi will gerade keiner. Zumindest schreit gerade keiner rum. Von daher. Auf ins Zufallsgefecht. Schöne Feuer legen. Ach ne, geht ja nicht. Die machen ja nur AP, ne? Oder? Jede Menge Divis. Oh, King of the Seas. Na gut, 20 Uhr, ne? Klar ist King of the Seas zu Ende. Das müsste nur noch das Gefecht laden, dann wäre das echt Knorke. Viel Glück und ruhige Wasser. Die Schlacht beginnt. Oh ne, stimmt nicht. Oh, ich bin ganz außen. Ich bin entzückt. Warte auf Anweisungen. Warte auf Anweisungen. Oh, nee. Ja, über 2. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ich würde sagen wir liegen gut oder? Schön viel Wasser dazwischen, äh Insel. Es bringt natürlich nichts, wenn wir keinen haben, der vorne scoutet. Also die Monarch fährt weg. Die Colorado fährt weg. Ist er auch noch jemand da? Okay, Richelieu fährt nach vorne, gute Ahnung. Aber wenn die Richelieu, keinen aufmacht. Der DD ist hier. Er fliegt halt auch immer die Tierpits an. Das ist keiner da. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie er abwartet Da haben wir noch eine HDI-Floor da hinten drin Da kommen soll er 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 Katerpultegger geht zum Schiff zurück. es fährt die brandenburg nicht in die torps rein alter extrem reichweiten ok in der Luft, in der Luft 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 Vielleicht nicht ganz so gut. Aber hey, vielleicht war es gut, dass wir vorsichtig gespielt haben. Es war auf alle Fälle gut, dass ich nach unten gegangen bin. Dass ich nicht mit denen hochgerascht bin, sondern halt wieder nach unten. Um die Edinburgh und das U-Boot abzufangen. So. In jedem Fall habe ich es geschafft, die Kataluna durchzuspielen. Die Andalusia. Ja, für 11.500.000. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie der Spanier. Den 8er und den 9er. So. Als erstes, bekommst du einen Kapitän. Ja gut, wird wohl der... ...Juan de Pereira werden. Ja, wir spendieren ihm die 20.000. Aber das ist Gucci. Und dafür kriegt die Kataluna... ...jetzt hier... ...für Lieb Ruhes. Zack. Ja. Ja, auf jeden Fall. So. Standard. Huh. Bye-bye. Mr. Kataluna. Miss you. Nicht. 3, 3, 3 und Nummer 3. Äh, okay. Hammer und die Tarnung. Nein. Können wir zuweisen? Ja. Will ich zuweisen? Würde dann so aussehen. Hm. Nicht unbedingt, oder? Hatte ich mir für die Andalusia und die Tarnung nicht gespielt? Nee, ne? Auch das Bonus-Paket habe ich nicht geschafft. Mh. Nein, das werden wir uns nicht für den Blumen kaufen. Das wird ein ganz, ganz langer Weg, sage ich euch, Leute. Oh. Ähm. Jawohl. So, Verborgenheit. 13,1 Kilometer. Tarnen würde ich mal. Taka. 11,7. Ähm. Ladezeit. Was sagt denn meine Ladezeit bisher? 14 Sekunden. 12%. 12%. 1,4. 1,6 Sekunden. Äh. Hö, hö, hö. Äh. Macht das? Ladezeit. Torpedo-Werfer. 8 Kilometer. Ja. Äh. Mindestens gibt es da keine Probleme. Ja gut. Und Zielmodifikation, ne? Drehgeschwindigkeit. Boah, ist ja wieder ultra alter Sau. 128 Meter. Ja, klingt am Plan. Und, ja. Was können wir noch reinschmeißen? Torpedo-Werfer brauchst du nicht, weil... 8 Kilometer, ja. Da schmeißt du eh bloß einmal Torpedo, weil du meistens bist du tot. Hätte das so die letzte, letzte Bastion ist. Feuerreichweite. 15,2 Kilometer. Äh. Also entweder die Ladezeit oder auf, keine Ahnung, 17 Kilometer. 18 Kilometer. Ne, 17 Kilometer wird es werden im Endeffekt. Wie ist denn die Turmdrehrate? Äh, Bösmüll würde ich sagen. 22,4 Sekunden. Aber es ist auch ein schwerer Kreuzer. Ne, ich habe ja 234 Millimeter Kanon. Also wendig bist du mit dem Ding nicht. Ja, Hydro. Hydro klingt gut. Du hast sogar ein Aufklärungsflugzeug. Na, je weiter der Gegner weg ist, desto weniger brauchst du Turmdrehung. Na, weil... Kann ich nicht ausmanövrieren auf 20 Kilometer. Wird schwierig. Dann muss er ein paar Schippen Kohlen mehr auflegen. Um schnell von rechts nach links zu kommen, als meine Kanonen drehen. Ich würde es reloaded nehmen. Was heißt reloaded? Hauptbatterie. Ach, du wirst reloaded nehmen. Äh, ne, 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 ne. Ja, er wird halt im Endeffekt darauf hinauslaufen, ne. Ob du jetzt 22,4 Sekunden drehst. Oder wenn du den Modifikator nimmst, dann 25 Sekunden. Das macht den Kohlen nicht fett. Ähm. Weiter schießen. Weiß nicht. Ich habe schon das Aufklärungsflugzeug. 15 Kilometer ist schon mächtig viel. Obwohl... Weiter schießen halt schon... Hat schon was. Äh. Na, versuch mal schneller zu schießen. Ich versuch schneller als mein Schatten zu sein. Flugabwehr, Manövierfähigkeit. Ne, und du kannst ja noch hier Feuerleiterinlage reinbauen. Für anderthalb Kilometer. Das heißt, wenn du hier Reichweite nochmal nehmen würdest, wirst du fast auf 18, 19 Kilometer kommen. Ob du da triffst. Das ist halt die andere Frage. Standard 15,2. Ah, reicht. So, Aufklärungsflugzeug ist okay, weil der Jäger macht sowieso nichts. Ähm. Und Hydro. Anstatt Flak. Okidoki, ne? Nicht, dass ich jetzt beabsichtige, den jetzt megamäßig zu fahren. Ähm. Hauptsache... Er ist fertig. Ah, guck mal. Lilo. Lulo. Wunderschönen Abend. Äh. Das kriegt man noch hin. Das nicht mehr. Aber ich... Die Spanier sind halt echt schwierig, ne? Weil... Du fährst halt ein Kreuzer, bist ein schwerer Kreuzer. Bist kein überschwerer Kreuzer. Sondern nur ein schwerer Kreuzer. Ähm. Das heißt, du hast schwerer Kreuzer, das heißt, du hast schwere Kreuzer, aber du hast nicht die schwere Kreuzer, Panzer. Ne, wenn halt... Schlachtschiffe auf dich schießt, tut das immer richtig weh, wenn du Pech hast. Ich halt echt schweigen, dass ich jetzt nicht geplatzt war, bin in der Runde. Ne, die Spanier sind mir so ein bisschen so unhandlich. Okay. Torpedo-Treffer. Was habe ich denn noch? Ich habe noch 40 Minuten knapp. Okay. Das heißt, ich würde jetzt dort Halloween-Ding nehmen. Ne, ich gehe davon aus, dass da der jetzt diese Begehung Donnerstag ist. Lass mich nochmal kurz... Judy war doch Donnerstag, oder? Ähm. Muss mein Übersetzungstool da... Dienstag ist also eh nicht. Dienstag am Mardi. Genau. Lundi, Mardi, Mercredi, Judy... Freitag weiß ich gar nicht mehr. Vontredi. Sammelt die und... Sonntag heißt... Fällt vollkommen raus, Dimanche. Ja, und Judy ist... Genau, Donnerstag. Montag ist Lundi. Dienstag ist Mardi. Mercredi ist Mittwoch, genau. Schüdi ist Donnerstag. Freitag ist Vontredi. Samstag ist Sammelti. Ja, und Sonntag... Ja, so, ich schreibe... Dimanche. Ja. Na, ist halt... Ist halt ähnlich wie bei uns. Montag, Dienstag mit... Woche. Ja. Fällt ein bisschen raus. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Na, Franzosen. Hab zugeschlagen und die Messe zu ist gekauft. Uh, GZ. Erste Rund 190.000. Nice. Na, Messe... Masa ist halt... Leider ist die große Hochzeit der Masa jetzt schon ein bisschen vorbei. Ähm, aber ist immer noch ein sehr gutes Schiff auf Tier 8. Ja, die schlägt halt ultra hart zu, ist fett gepanzert, weil es ein amerikanisches Schiff ist. Du bist ein bisschen langsam, aber das ist unwichtig. Ähm, fett gepanzert, hast dicke Kanonen, die richtig reinhauen. Ähm, und sekundär bist du auch relativ gut bestückt, muss ich sagen. Ist halt quasi so die Tierpits in amerikanisch. Bis auf die Torpedos. So, dann fahr ich jetzt noch zwei Runden und mach die Dinger fertig hier, oder? Ne, wenn ich die Begehung Donnerstag ist, dann kann ich ja Dienstag ganz normal locker spielen. Und da würde ich ja Dienstag das hier auch freischalten können. Oder? Klingt nach dem Plan. Wie sieht denn der Gefechtspass sieht immer noch schlecht aus. Ähm, letzte Fahrt der Transylvania. Dann hat das wenigstens ein Ende. Ne, mehr als die 50.000 mach ich da nicht. Ah, hab ich rausgemacht. Sehr gut. Na, da kann ich jetzt auch ein 160er reinmachen. Oh ne, wenn du was kaufen willst, ich empfehle Premium Container Black Friday. Okay, wir sind jetzt ins Spiel zurückgekommen. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich schon viele, viele gehabt, die halt aus den Black Friday Containern was rausgezogen haben. Ich hab mir auch fünf gegönnt. Ich hab fünfmal Blau Ökonomie Koroni bekommen. Ne, für den Ausgleich, damit ihr mehr Schiffe ziehen könnt. Damit die große, die große Prozentzahl bei Wargaming wieder stimmt. Aber du bekommst ja viele Arktis Marken. Über den, ähm, Reise zum Nordpol. Plus den Gefechtspass. Und für die würde ich ganz dringend empfehlen, in der Waffenkammer die, ähm, Black Friday Container hier zu holen. Für 50. Das ist der Best Value, den du kriegen kannst. Weil da ziehst du halt die wirklich wichtigen Schiffe halt raus. Und die Lazo brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne. Aber Black, Brandenburg. Die B-Versionen sind, sind relativ nice. Jetzt nicht nur vom Aussehen auch, weil es sind auch relativ gute Schiffe genommen worden. Die meisten zumindest. Und du hast die höchste Chance, glaube ich, von allen da ein Schiff zu kriegen. Außer, das ist halt ein garantierter Drop oder so. So. Letzte Fahrt der Transilvania. Dann rollen wir mal. Ja, lol. Da hat wer mit reingeklickt. Hättest du halt was gesagt, Sturmi. Dann hätt' man auch Divi machen können. Dann hätt' ja gesagt, zum Schluss können wir nochmal, letzte Stunde können wir nochmal Divi machen. Musst nicht alleine fahren. Du hast was gesagt? Im Chat stand nix. Also im Clan-Chat. Und im Stream-Chat. Wenn, dann muss am besten Stream-Chat was schreiben. Das sehe ich eher als Clan-Chat. Dann habe ich das eben im Clan-Chat überlesen. Wie gesagt, Clan-Chat ist für mich eher sekundär. Wart, dann können wir den Sturmi erstmal loben. Ein Lob wurde hart. Okay, dann können wir den Sturmi einladen. Nein, können wir nicht. Dann halt nicht. Wie gesagt, wenn ich den Clan-Chat überlese, tut mir das leid. Aber Clan-Chat ist halt, hat für mich keine Priorität. In dem Sinne. Das für mich ist hier ein Quadrat. Wir sind in unseremfilledевой-Sturmuss, also membr ersten Formen. Ok Torb trifft ihn. Ja, wie schauts aus, wer überlebt jetzt da? Ging sogar noch. Ok, die sind gerade gespawnt, da waren die Blitzanschläge. Und ich bin entdeckt. Relativ simple Geschichte, ob die da sind oder nicht. Ja, einer muss halt da hinfahren, hilft halt nix. Das ist richtig. Alter, wenn die lang nicht entdeckt. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Ich finde es halt auch frech, dass die Zerstörer sich heilen. Komplett, wenn du den nicht tödest. Wenn der nur 1 AP hat, dann ist er beim nächsten Mal wieder voll mit seinen 30.000. Das finde ich halt so super frech. Ja. 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 Addingte hoch. Das ist jetzt schon eine neige. Das muss schon ein paar commander in der Hand bringen. Dann wird das Licht machen. Das muss ein paar themaarden machen. Ja, war es... die zerstörer sind wieder aufgetaucht wir kämpfen immer noch mit dem schlachtschiff gegnerische schlachtschiff zerstört so Das war's für heute. Nein, nein, immerhin. Hier sieht man richtig, wie er, sobald du das wegdrehst, die Flammen nicht mehr darstellt. Danke Shimanto, troll dich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, unser Friedrich geht jetzt drauf. Oh nein, geht er nicht. Ja dann. Endgefächt. Das war's für heute. 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 mit sternchen aber ist leider einer gestorben da 25 torpedo treffer immerhin für die auftrage zählt halt die hälfte und es kommen wir ein bisschen geld rein okay das habe ich natürlich dann nicht mehr gelesen wie gesagt dass da gucke ich nicht in die untere linke ecke so eine halloween noch 400 dann habe ich den auftrag erfüllt king of the sea 6000 free p ok mensch wie viel zufass gewünschte ich will die den auftrag machen und den auftrag fertig machen 2000 okay da muss ich ich würde gerne meinen auftrag hier noch fertig machen den hier den einen halloween auftrag für die 400 dann habe ich das erfüllt was wann wieder weihnachtscontainer gibt es eine werft wieder ja ich habe jetzt nicht den stream geguckt am donnerstag haben sie in ihrem stream den über die weihnachtskisten geredet das habe ich gesehen aber ich habe nicht reingehört aber ja es wird auch wieder eine weihnachtswerft geben gehe ich schwer davon aus werden wir sehen donnerstag kommt ja der nächste patch und da wird auch der test server gleich wieder aufgehen und da kannst du ja die werft dann angucken und es gibt keinen gefechtspass dat weiß ich nicht es wird auf alle fälle eine weihnachtswerft geben und es wird wieder so schneeflocken zeug geben willst du noch mit willst nicht mit wie gesagt ich ist jetzt ziemlich das letzte was ich mache ist jetzt hier diesen einen auftrag voll machen und damit ist das ding erledigt gerade hat ein video gemacht naja hat es der gesagt habe nicht ich lasse mich da überraschen ich muss mir jetzt nicht zwei monate vorher angucken der patch wird halt frühestens zweite woche november kommen ich gehe mal davon aus dass er nicht in der ersten woche kommt aber das sehen wir dann so letztes mal das dauert eine viertel stunde habe ich meine sechs stunden rum und ich meine es ist auch schon 21 uhr wieder durch um auf an wenn es schnell geht kann ich dann auch noch ein zufallsgefecht machen das stört mich nicht aber erst muss man mal hier erst das mal hier die bühne bringen danach sehen wir weiter zwei u-bode warum ist denn das nicht dass ich denke dass sie nicht genug schaden macht oder im boden aber ihr haltet halt nicht viel aus das ist halt der punkt wenn die anfangen auf euch zu schießen ist halt schnell aus ich weiß nicht ob der der patch jetzt viele fünf wochen geht und nein ich habe euch nicht beleidigt ich habe gesagt ihr habt zu wenig hp ich habe extra gesagt ihr macht euren schaden aber ihr habt zu wenig hp ihr sterbt halt recht schnell und das ist ja jetzt ist kein großes geheimnis das um wurde jetzt echt wenig hp haben oder ich will nicht wir haben einen gegnerischen zerstörer versinkt ich bin ich bin Okay, Kita macht den Cap. Easy. Oh. Jetzt sind sie gespawnt. Nice, Kita macht's auf. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Schluck auf. No. Das war's. 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 Und dann. Das war's. 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 Das war's.